RASO Naturprodukte, ein Unternehmen stellt sich vor. Mein Name ist Max Baumann, bin aus dem schönen Wangen im Allgäu und bin seit 1985 Verfinder und Hersteller von basischen Naturprodukten. Unsere Philosophie ist es, den Menschen wieder Lebensmittel anzubieten. Unser hoher Qualitätsanspruch beinhaltet dies ebenso wie die kontinuierliche Aufklärung in Ernährungsfragen. Überzeugen Sie sich einfach selbst. Die Rasologie Sie haben richtig entschieden, dass R steht für richtig, weil es basis ist. A steht aromatisch, ausgewogen, anders als andere. Es gleich schnell, einfach und schonend zubereitet. Wo? Ohne die chemischen, synthetischen Zusatzstoffe. Der Ist-Zustand Mehr als ein Viertel aller Männer und jede dritte Frau bekommen täglich zu wenig Magnesium. Bei Calcium sind es knapp die Hälfte aller Menschen. Seit Jahren sinkt bei Pflanzen der Gehalt an Mineralstoffen und Spurenelementen. Lag der Mineralstoffanteil 1998 noch bei 100 Prozent, so waren es in 2002 nur noch 25 bis 40 Prozent. Warum Raso? Unsere Produkte sind überwiegend von biozertifizierten Lieferanten. Zudem sind alle unsere Produkte ohne synthetische, chemische Zusatzstoffe, wie Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, Flutamat, Farbstoffe, Hefextrakte und Aromen. Einfach ein Mittel zum Leben, ein lebendes Mittel. Seit Jahren ist es uns gelungen, solche Lebensmittel, die Mittel zum Leben sind, herzustellen, und zwar durch die Verwendung sehr energiereicher, hochwertiger Zutaten, wie zum Beispiel Dinkelvollkorn, Dolomit, bestehend aus Calcium-Magnesium, aus Molke und Steinsalz. Wir haben reine Naturprodukte, wie der Name sagt, rein. Sie können von uns Rezepte erhalten, zum Beispiel Salatsaßen, Rotaufstriche, verschiedene Suppen und so weiter. Die Einhaltung der RASO-Standards bietet viele Vorteile. Schmackhafte Lebensmittel, die schnell und einfach zubereitet sind, darüber hinaus kalorienarm und die ideale Voraussetzung für die heutig angemessene Ernährung. Die Einhaltung der RASO-Standards bietet viele Vorteile. Auf den konsequenten Verzicht von Zusatzstoffen legen wir besonders viel Wert. Wir verzichten auf Farbstoffe, Emulgatoren, Geschmacksverstärker, Glutamate und Hefeextrakte. Wenn wir bei Ihnen Interesse geweckt haben, dann gehen Sie einfach auf unsere Homepage auf www.raso.de Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.